Hallo und Willkommen zur 21. Oh wow! Das nenne ich mal ein Stift. Und hier ein Stift. Komplett gefüllt mit losem Glitterzeug. Ja, und hier halt die verschiedenen Mehrfachsätze. Eine Metallspitze. Der sieht schon auch cool aus. Ich mag Stifte und Schiffchen. Das sind immer so meine Lieblingstüten. So, das war Tütchen 21 und morgen sehen wir uns zu dem Tütchen, worauf ich mich persönlich am meisten freue. Und dann